Level 112 Unsicher, minimale Entititätenanzahl, unbekannte Präsenz, Problemschurik als Klasse A Level 112 ist ein großer Raum, ca. 800x800 Meter groß, da wird extrem um Nebel gefüllt ist. Wanderer, die dieses Level besucht haben, berichten, dass es unmöglich ist, mehr als einen Fuß vom Boden zu entfernen, da Boden hübsch wie aus einem dicken Teppich aus toten Venus Fliegen fallen. Die Wänden scheinen den Teppich weiß im Trockenbau zu sein und der Nebel ist zu dick, um zu wissen, wie die Decke aussieht. Die altjährige Entitität hier sind die Denker und der gelegentliche Strider und sie können hier etwas Mandelwasser und Zweiterflüssigkeit finden. Über den Denker Lebensraum Level 112 Der Denker wird exklusiv für Level 112 gefunden. Es gibt schätzungsweise nur 50 davon, was sie leicht auf die gefährdete Liste setzen könnte, wenn sie in der Frontrooms leben würden. Die Finker sind menschliche Gehirne mit Tentakeln, die sich um den Hirnstamm ausbreiten. Sie benutzen diesen Tentakel, um herumzulaufen und Wanderer anzugreifen. Wenn ein Denker einen Wanderer entdeckt, wird er sich aufgeteilen und sich mit seinen Tentakeln an ihn klaudern. Die Tentakel erzeugen riesige Schriemen, die, wenn sie unbeaufsichtigt bleiben, zu Bluten beginnen und einen großen Blutverlust verursachen. Der Denker ist ein mittelgroßes menschliches Gehirn mit allen großen normalen Teilen und Lappen. Der einzige bemerkenswerte Unterschied sind die Tentakel, die um den Hirnstamm angeordnet sind. Denker scheinen keine Augen, Ohren oder andere Sinnesorgane zu haben und doch können sie Wanderer erkennen. Der Denker wurde am 01.11.2020 zusammen mit Level 112 entdeckt. Die Wandererin, die diesen Ort zum ersten Mal entdeckte, berichtete, dass sie nur auf die Gehirnsache schaute und versuchte herauszuhören, wie es funktionierte, als sie plötzlich in diese große Bibliothek teleportiert wurde. Die hier erwähnte Bibliothek ist vermutlich The End. Do's und Don'ts, vermeiden Sie den Denker. Ziehen Sie es so schnell wie möglich ab, wenn es angreift. Verbinden Sie Ihre Striemen. Nicht, nähern Sie sich dem Denker. Ignorieren Sie nicht Ihre Wunden. Das Zentrum für Level 112 ist ein kleiner Brunnen mit Kaschi-Wasser. Etwa 50 Meter tief. Augenzeuge haben berichtet, einen einsamen Fisch im Brunnen gesehen zu haben, aber das ist unbestätigt. Ich bin nicht unbestätigt. Dieses Level ist mein Zuhause, mein Zufluchtsort. Aber du hast mein Blut genommen, mein Ikor, also schwimme ich jetzt in meinen Tränen. Es gibt keine bekannten Basen und Außenposten auf diesem Level. Eingänge. Der Mandelsee, ist es das, was du es nennst? Natürlich gibt es keine Mandeln mehr. Steig ein, treff mich hier, ich werde immer dein Verbündeter sein. Ausgänge. Lange genug, um Level 112 zu bleiben, statt eine Art Teleportationsprozess auszulösen, der sie zu The End bringt.